Ja, warum solltest du die LaviLights Anwendung niemals auf Social Media zeigen? Die Regeln haben sich geändert, im Speziellen sind es drei Regeln und wenn du jetzt die Anwendung von den Produkten, von den LaviLights Produkten zeigst auf Social Media, auf Facebook, auf Instagram, dann bekommst du ein Problem. Ich möchte genau zeigen, warum das so ist. Hallo, schön, dass du da bist, ich bin der Willi. Im Network Marketing habe ich im siebten Monat einen Umsatz von 210.000 gemacht und ja, das ohne Namensliste, ohne Partys zu machen und unterhalb findest du meinen Gratis-Kurs. 110 Partner in 30 Tagen, so viel habe ich generiert. Also, grundsätzlich ist mal eines, wenn du Vertriebspartner von LaviLights bist, dann wirst du wahrscheinlich dazu neigen und sagen, okay, ich zeige mal die Anwendung her, ich zeige mal, was kann man wirklich machen mit den Produkten und das ist ein großer Fehler. Fehler Nummer 1, warum du diese Anwendung von den LaviLights Produkten nicht zeigen solltest, vorher nachher Bilder. Wir haben hier eine gewaltige Änderung im Algorithmus, bei Instagram, bei Facebook, vor einigen Wochen schon gehabt und vorher, nachher Bilder werden bestraft. Ich erinnere mich zurück, wie ich begonnen habe im Network Marketing. Ganz am Anfang war es so, man hatte eine Gruppe und das war am Anfang noch eine private Gruppe und dort hat man ein vorher, nachher Bild gepostet und das hatte zwei Vorteile. Erstens mal hat man alle Gruppenmitglieder erreicht und das zweite, die Leute haben extrem gut drauf reagiert. Der Algorithmus hat gut drauf reagiert. Es hat wirklich viele, viele Interessenten gebracht. Dann wurde aber etwas umgestellt, zwei Dinge. Einerseits hat man nicht mehr alle Gruppenmitglieder erreicht. Es gibt ja jetzt hier die 28 Tage Regel, das heißt, wenn du Administrator einer Gruppe bist, die Leute innerhalb von 28 Tage deine Inhalte konsumieren, dann sehen sie auch wirklich die nächsten Postings. Und wir haben vor allem das Problem, dass die Menschen diese Vorher-Nachher-Bilder nicht mehr sehen wollen und deswegen hat Facebook den Algorithmus geändert. Das heißt, wenn du ein Vorher-Nachher-Bild hochlädst von einer Anwendung mit den Produkten von LaviLights, dann wirst du wirklich ein Problem bekommen. Punkt Nummer zwei bezüglich der LaviLights-Anwendung, warum du sie nicht zeigen solltest, ist Produktwerbung. Die meisten im Network-Marketing arbeiten entweder mit ihrer Facebook-Fanpage oder mit ihrem privaten Profil. Bei der Fanpage hast du einen Vorteil, du darfst Werbung machen, du hast den Riesennachteil, du hast keine Sichtbarkeit. Nur 1,37% deiner Fans werden die Postings sehen und jetzt sagst du, gut, dann mache ich das mit dem Profil. Aber hier gibt es eine Problematik in den Nutzungsbedingungen. Du hast in den Nutzungsbedingungen auf Facebook ganz klar geregelt, dass dein Facebook-Profil nur für private Zwecke verwendet werden darf. Das steht dort eindeutig. Wenn dich jetzt jemand meldet, weil du eine Anwendung von LaviLights zeigst, dann ist dein Facebook-Profil für immer gelöscht. Also das solltest du nicht riskieren. Der dritte Punkt, warum du deine LaviLights-Anwendung nicht zeigen solltest, ist es, du bist Verkäuferin. Du bist Verkäufer. Und meine Art von Network-Marketing ist, dass du nicht mehr Bittsteller bist oder Bittstellerin. Wenn du jetzt Produkte postest, die Anwendung postest, dann bist du immer in der Akquise. Du bist immer der Mensch, der so den anderen was verkaufen möchte. Gerade auf Social Media, im speziellen Instagram, Facebook ist es so, die Leute sind da, um unterhalten zu werden. Das heißt, man muss sich von der Unterhaltung woanders hinbringen, aber nicht mit Produktwerbung, mit Anwendungen und sonstiges. Ich habe hier völlig anders gearbeitet. Ich habe nie den Unternehmensnamen erwähnt. Ich habe nie den Produktnamen erwähnt. Ich habe auch viele, viele andere Dinge nicht gemacht. Ich habe nie ein Produktposting zum Beispiel gemacht und habe aber trotzdem in zwei Jahren über 800 direkte Vertriebspartner generiert. Also ich möchte dich motivieren, dass das wirklich funktioniert. Wenn du dir jetzt sagst, wie soll das gehen? Dann habe ich für dich unten den Gratiskurs, wie schon erwähnt. 110 Partner in 30 Tagen, so viel habe ich generiert. Und ja, so viel zu dem Punkt, die LaviLights Anwendung, warum du sie nicht herzeigen solltest. Schön, dass du da bist. Rock it. Bye, bye. Ciao.